so wie ich das kenne hier gibt es jetzt auch nichts hab ich den Hut jetzt auch oh nice, frag mich was der Hut gibt bestimmt schnellere, irgendwas gibt es irgendwas gibt er so, hier noch eine Lampe hier ist ein Werkzeugkasten hello, waren wir hier schon? ja okay, das war schon wieder komische Glitch liegt das an meinem FOV ach genau, und hier bei Eisendracher hast du ja die Lampe gefunden, ne? ja ja, das ist total 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 dumm ey, gibt es hier, gibt es hier kein, äh, Dings? was denn? gibt es hier kein Keckepunch? doch, hat er, hat er, äh, nicht Keckepunch, gibt es hier kein Juggerknock? weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gefunden ich auch nicht ich habe es noch nicht entdeckt das finde ich ein bisschen heavy das haben die nicht, nein, 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 Juggerknock würde es 100 pro geben, das glaube ich nicht, dass sie das machen wir haben einen Strom auch noch nicht gefunden damit würden die so viele ab, so viele abfacken das geht nicht ah, ich habe, ich habe Würdoswein gefunden, siehste ja, das hatte ich schon da hattest du schon ja, die Leute, ich war ja auch schon mal, ich habe es noch nicht gesehen kein Zombie mehr ja, ich habe ihn hm, bei Kino der Toten haben wir noch keine Lampe gefunden, ne? Kino der Toten hatte ich keine gefunden, ne, aber das war ja da auch der Insel hier sind so komische Flaschen genau, hier hatten wir ja schon die Lampen hier sind wir also Vasen oh, ich konnte was aufheben, oder? ah nee, es war Kakao oben, ne? da ist ne Kerze alter mein Schild haben wir auch noch nicht, ne? ne, ne, ne da fehlt noch das untere Teil kann es sein, dass hier bei Kino der Toten ne Karte ist? die jetzt eigentlich alles das ist ne Karte von Kino der Toten, ja? ist das nicht für die ganzen Möp, vielleicht? Theater, der Dressing Room, ja, ne, ne, das ist nur das ist nur weil, weil, wegen Kino das ist ja Kino der Toten hm, hier ist ein Radio, oder? ist das ein Radio? nö nö du mal weiter oh, ich will ein Teddy sagen die was? ne, aber die, ne, die machen so komische Geräusche oh, ein Bowie-Knife habe ich hier hier ist aber ne Karte, oder? hä, ist das einfach die Karte nochmal? das macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? was da nochmal ist das war schon hart episch, als wir uns das erste Mal gesponsen, dass es wieder vor ihm stand ja, ja ich will, ach man, alter oh, ich könnte Musik e-Stack aktivieren, wenn ich Bock hätte doch, doch soll ich? ok, mach, 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 mach wöch weiß ich lasse das einfach auf mich wirken ja wer es ist einfach auf mich wirken und acht Ah wie krass. Ich hab kein Zombie. Doch hab ich. Pass auf. Hoi. So krass ist einfach, eigentlich ultra einfach zu finden. Ja. Irgendwie so mit irgendein Popelschalter. Keine Ahnung. Wird das nur bestrogen? Keine Ahnung weiter. Ich suche so ne Art Stromschalter. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier 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 hier. Was hast du gefunden? Da war ein Stromzeichen. Ich komm zu dir zurück. Warte ich komm mal. Komm mal. Warte ist jetzt nochmal genau da. Oben links. Zurück. Warte. Oben links am Türrahmen. Ich musste da wo ich gerade hier war. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach nur aus verrückt übernommen wurde. Ja. Warte zurück. Ja genau. Hier rechts. Hier rein. Genau. Und jetzt oben rechts. Oh stimmt. Okay. Ja klar. Aber es ist locker nur aus Dings übernommen. Alles verrückt. Bedingungsweise. Ja die Musik war schön. Sehr sehr schön. Um einfach mal meine objektive Meinung abzugeben. Und die auch. Ball. Ah. Mann. Dass wir nichts finden. Also auf jeder Map wurdest du immer zum Strom. Per. Per. Ja. Per Wegweiser. Per Zeichen. Ja. Aber hier irgendwie gar nicht. Locker musst du. Du musst halt locker irgendwas davor machen. Bevor du da hinkommst. Du musst. Wir müssen ja diesen scheiß Stein finden. Weißt du. Der fehlt halt ja. Dieser Stein. Wenn wir den Stein haben. Dann wäre es ja schon mal ein Anfang. Mal den Schädel haben wir wo gefunden? Auf Z zu. Halt da wo die Waffe auch herkommt. Da wo das herkommt eigentlich. Ja. So die. Gut. Die Fahne haben wir beim Mob gefunden. Okay. Fahne gehört nicht zum Mob. Aber die Fahne ist halt aus Shadows. I'm so confused. Wahrscheinlich ist es eh random wo die Teile spawnen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es eh random. Das ist halt wirklich random. Ich müsste mal einen Schluck trinken irgendwie. Ich hab grad. Ich hab Durst. Kannst du kurz nehmen? Ja. Die Zombie. Ja. Hier hab ich auch schon probiert. Aber hier kannst du nix machen. Nix. Das war grad so Hoffnungsfragen aus. Ja genau. Das war halt der Verrückt. Das ist halt der Stromschalter aus Verrückt. Aber der ist halt nur Deko. Der ist halt nur übernommen worden. Kannst du kurz nehmen bitte? Ich hab was offen. Oh Gott ey. Ja. 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 das ist ja scheiß Stein alter. Ich will das. Das Ding ist. Ich will nicht nachgucken. Guck mal in die Luft. Ich hab da vorhin. So ne. Tesla. Spule. Dinger gesehen. Wo? Ja. Das sind so ne schwebenden. Tesla Kerne. Nee. Erinnerst du dich noch an den Todesstrahl aus. Eisendrache. Eisendrache. Ja ja klar. Diese Kugel mit den Stacheln und da kann da Strom raus. Ja. Die sind da rum. Am Schäden gewesen. Aber ich weiß nicht wo ich hin tippe. Ja. Ich guck mal nach. Die sind da. Wie du guckst nach. Ich such jetzt einmal alles ab. Achso. Weil welche. Welche Insel das zeigen könnte können. Mit den Tesla Dingern. Ah Gott ey. Guck. 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 Schaut halt aus wie ein Stein. nachher ist es halt irgendwas anderes. Guck. Guck halt aus wie ein Stein. Guck mich, was ist das für eine Waffe hier die ich hier habe oder. Guck mich, was für eine Wunderwaffe hier die ich hier habe wie ein Stein. Drei Schuss. Guck mich was ist das für eine Wunderwaffe hier. Ich weiß nicht ob ich das schon habe. Aber Meiner sieht schon sehr Wunderwaffen aus. Ja aber die kann ja nichtsст sauberes oder? C 확인. Sie hat komische Munition. Sie hat einen Laserpoint und sie hat ein sehr sehr seltsames Design. Also. I don't know. Was diese Waffe tun, Sachen machen kann. Wo habe ich das gesehen? Über Kino der Toten. Ah, Mann, ey. Und ich, der die Aufnahme hat, Modar sind Zombie-Kiten. Geh, geh. Ja, ich meine, du suchst ja auch nur. Kannst ja auch suchen. Ja, ich kann aber nicht springen. Wegen Zombies halt. Warum springen? Weil der Zombie sonst stirbt. Ja, aber auf deinem Gebiet kannst du suchen. Ja klar, auf meinem Gebiet kann ich suchen. Das ist schon richtig. Das mache ich auch, aber... Such auch das Gebiet dort einfach nur ab. Also nicht großartig am... Ja, ja, klar. I know, I know, I know. Wenn ich was finde, sage ich Bescheid oder so. Aua. Ich habe schon viel gesehen. Hier ist halt der Stromkastner eigentlich. Aber der ist halt auch verrückt. Der ist halt aus World at War. Meine Fresse. Leute, die sind schon kein Ding. So, Alter, ihr seid schon 50 Mal dran vorbeigelaufen. Ja, ja, also... Gibt bestimmt so einige... Die sich so denken, yo, du stehst direkt davor. Aber ist okay. Aber ist okay. Kann ich mir echt vorstellen, dass wir locker... Hier ist ein dickes Stromkabel. Wo führt denn das hin? Hier ist ein dickes Stromkabel. Wo führt denn das hin? Der geht in die Wand und dann kann ich ihn nicht mehr zurückverfolgen. Das ist ja toll. Das ist ja lustig. Ich habe die ganze Zeit schon diese Kabeltheorie, dass ich einfach den Kabel... Jaja, klar. Hatte ich auch schon. Aber das kannst du hier, glaube ich, knicken. Weil das sind irgendwie irgendwelche Transmitoren-Dingsbums. Kann ich dagegen schießen? Da hab ich's. Wo ist das? Die Dinger schauen aus, als wären die bei... Oh, da ist ein Radio. Ja, es redet! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass du diese Transmiten bekommen hast, Peter. Wenn du nicht bist, dann alles Hoffnung ist gut. Du musst jetzt wissen, dass wir nicht verabschieden, dass wir nicht verabschieden, dass wir hier verabschieden, dass wir hier verabschieden müssen. Dein Gehirn. Die Nummern gehen. Die Gehirn muss jetzt bleiben. Die Gehirn muss immer. Bei allen Kosten. Repeat. Der Reis muss jetzt. Bei allen Kosten. Die DG-2-Experimenten fortschreiten. Das ist? Nein. Du bist jetzt unsere einzige Vorteil. Find Dr. Richthofen und Dr. Maxis. Sie wissen, was passiert. Wer wiederholt das jetzt? Warte mal. Jetzt ist es aus. Das hat, oh mein, das, ah, ich hab halt nichts verstanden, Mann. Weil ich so ein Englisch-Noop bin. Scheiße. Hä, wie das ist? Wie auf Englisch. Nee, das geht mir, ich find die deutsche Sprachausgabe sowieso eigentlich voll nice. Frag mich immer, was alle haben. Mir ging es halt nur wegen Custom-Zombies, Alter. Das Ding ist, erstens, die Stimme war total verrauscht. Zweitens, es war halt Englisch. Und drittens, die hat zweimal... Ja, kann ich nicht, da müsste ich ein Neu downloaden, Digga. Das muss ich über Steam machen, weißt du? Der lädt dann die Sprachdateien neu runter. Ich kann das in-game, man kann das leider nicht in-game einstellen. Äh, ja. Ja, jedenfalls hab ich jetzt alle Schildteile. Das ist schön. Das Ding ist, das Radio hat irgendeinen Code gesagt. Also zweimal, ich glaube, aber ich würde aber behaupten, es war am Anfang oder am Ende derselbe Code. Also irgendeinen Code. Also irgendwo musst du dir was merken und dann das eingeben. Die Frage ist, wo musst du es eingeben? Die Frage ist, wie musst du es dir merken? Entfalten zum Überbrücken der Komprimierungsmaschine. Was? Was denn? Was findest du? Ah, zum Spawn. Soll ich kommen, ja? Ja. Der Zombie stirbt wahrscheinlich auf dem Weg. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das macht, aber... Ah, ich renne, ich renne. Ich glaube, der Zombie verreckt mich, Alter. Auf zum Spawn. Denn wer nicht auf die Idee kommt, den Altar einfach mal von hinten an zu quatschen. Nein. Jetzt sag bloß. Hä? Ah, nicht wirklich, oder? Kostet halt 500. Ich weiß nicht, was es macht. Okay, warte. Bin auf dem Way. Das Ding heißt? Korrumpitierungsmaschine. Bin auf dem Way. Auf dem Way to you. Lass mich raten, die müssen dann überall machen, oder was? Wahrscheinlich, ne? Ich meine, wir haben vier Lampen. Überbrücken der Korrumpitierungsmaschine. Ich meine, ganz ehrlich, das passt ja irgendwo. Wir haben vier Lampen gefunden. Wir haben vier Blitze, die von diesem Planeten da ausgehen. Weißt du? Immer die Zahl... Die Lampen wirklich so wichtig? Immer Zahl vier. Die Lampen müssen ja für irgendwas sein, weißt du? Die kümmern wir nicht umsonst. Hier Punkte leuchten. Hier hinten. Soll ich machen? Mach. Achso, ich soll F halten. Ja, warte. Ja, warte, warte. Ja, der Zombie hat... Ah, warte, warte, warte. Ja, dann mach ich das. Okay. Oh, was ist das? Leo, soll es da rausgehen, Leo? Ich muss allein drücken. Kann ich dir helfen? Du musst allein drücken. Ach, ich muss hier allein... Ach, ich muss hier kämpfen. Achso. Du bist nicht allein, Leo. Yo, ich seh das. Es ist offen. Toll? Es ist offen. Ich bin... Ich bin pro, Digger. F... Warte, warte, warte. Holt F to use Turret. For real? 2,000 kostet das. Kann man da rein? Ja. Teleport. Die Map ist einfach 500... Das ist nicht deren Ernst, oder? Das ist nicht deren Ernst, Alter. Das ist nicht deren Ernst, Alter. Das ist nicht deren Ernst. Ich bin pro, Digger.